Hey ihr Lieben, heute seien Anni und ich jetzt mal um, nämlich zum E-Girl, Soft-Girl oder zum Wiffel-Girl und den Look bestimmen unsere Pop-Pop-Hair-Surprises. Denn je nachdem welche Haarüberraschungen wir darin finden, stylen wir uns zu dem jeweiligen TikTok-Girl. Wow, guck mal, ich glaube hier ist dieses Pop-Päckchen. Oh mein Gott, cool. Oh, guck mal, da ist noch so ein kleines Päckchen, warte, ich öffne mal meins. Das sind die Haarspangen. Ja, ich habe so schwarze. Ja, meine würden irgendwie voll gut zum Soft-Girl passen und daher zum E-Girl die Haarspangen. Ja. Oh mein Gott, hier ist der Wassersprüher. Ja, da müssen wir mal schnell Wasser reinfüllen. Stopp. So, wir sprühen jetzt, dass es endlich aufpoppt. Pop auf. Pop, pop, pop. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Oh mein Gott. 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 Wie cool. Schau mal. Okay, das passt echt zum E-Girl. Das hier zum Soft-Girl. Wir haben unser Pop-Up-Hair-Tischen jetzt auch mal Frisuren gemacht. Jetzt werden wir uns auch mal umstylen. Woo. Soft-Girl Mavi. E-Girl Anni. Wir hoffen, unser Frisuren und Umstyling hat euch gefallen. Also ich habe jetzt Baseball und Anni coolen Pony-Teil. Wir werden jetzt noch ein paar TikToks machen und dann sehen wir uns bald wieder. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.